Wo müssen wir hin? Das ist eine coole Schneeschaufel, die du da hast, Tony. Ja, ne? Also bei mir wäre es da noch grau und ich habe da Fragezeichen. Naja, dann gehen wir nach Rocky Reels. Ne, Rocky Reels. Sonst würde es sich nicht reimen. Die Musik klingt ein bisschen nach Minecraft. Wenn du mich jetzt anguckst, dann siehst du jetzt, was ich rausgezogen habe aus dem Geschenk. Dann, ach so. Ich brenne. Ja, du bist zu weit weg. Warte. Ich sehe nur... Okay, hinter mir sind drei... Okay. Ja, der Milch war zu weit weg. Bis nichts. Kannst du ja eine Brandgranate auf mich werfen, dann brenne ich auch wieder. Genau, dann schaue ich mir das nochmal genau an. Ach, hier... Okay, da rennt einer und ich habe nur eine Sniper. Okay, scheiße. Nein! Ah, fuck. Ich bin... Oh, damn. Ich bin runtergefallen vom Kino. Alter, ich habe gerade jemanden mit meiner Schaufel vermöbelt. Ich habe vorhin drei Leute mit meiner Schaufel vermöbelt. Wo rennst du hin? Halt da, Mensch! Wie bei Kevin allein zu Hause, der Typ, der Nachbar. Das Problem ist nur, dass ich halt immer noch keine Waffe habe. Ich hätte Sniper. Vielen Dank. Ja, ich auch. Ich auch. Da hinten liegt eine, wo ich die Steine markiert habe. Alter... Achso, warte mal. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Wer? Wer? Oh, shit! Wo ist er denn? Halt, 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 halt. Oh, fuck. Warte mal, wie kriege ich denn das? Wien meinst du? Bitte schön. WB. WB, vielmehr. Oh, ich habe... Sorry. Ja, äh, muh halt. Stell dich halt nicht zu an. Muss doch irgendwo eine Waffe noch rumliegen. Ich habe doch eine markiert. Da ist auch eine. Da ist auch eine. Da ist auch eine. Noch irgendeiner schießt auf mich. Alter, hört halt mal auf mit dem Scheiß. Wie bist du denn? Einer ist geplatzt. Ich versuche mich jetzt gar nicht wieder zu halten. Hier ist eine Kiste, Toni. Warte. Ich besprühe mir klar. Ach, vor allem so, weil ich stehe halt direkt neben so einem Dagefon. Feuer, na, egal. Toni, machst du die Truhe auf? Okay, wo ist eine Truhe? Ja, bitteschön. Stopp, 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 stopp. Ja, ich habe jetzt... Jetzt habe ich schon. In der Zwischenzeit habe ich... Ach so. Ja, dann nehme ich meinen Zeug halt wieder mit. Ja, von den Toten mir Krempe geholt. Dann, äh, SH, du darfst die Truhe aufmachen. Du hast dich so schön zusammengerissen. Das war nicht leicht, ja. Ja, ich habe es schon förmlich gesehen. Aber ich bin stolz auf dich. So. Ich habe einen Schneemann. Was kann der Schneemann? Kannst du dich verstecken. Den kannst du schmeißen, dann kannst du dich drin verstecken. Da hat es eine grüne MKZ. Ich habe noch einen kleinen Schild dran. Im Schneemann kann ich mich verstecken. Tatsächlich. Und wenn es nicht zerhaust, den Schneemann, kriegst du Eisfüße, die mit Hüpfen wieder weggehen. Ja, ich... Okay. Die Eisfüße hatte ich vorhin nicht, aber ich hatte einen Schneeball, den ich geworfen habe. Ja, das ist so eine nicht-tödliche Granate. Da gibt es auch den Granatenwerfer dazu. Das Lustige ist, dass ich dann den Schneeball geworfen habe und dann so rückwärts rausgeslidet bin aus der ganzen Situation. Genau, ja. Da werden... Schnurrf besser. Kommst du, Toni? Ach, jetzt hast du das Ding aufgemacht. Sorry. Das hat für dich aber gezählt. Ich habe es gesehen. Äh, Toni? Genau. Einwandfrei. Okay, sieben ist das Jungbrunnen, was auch immer. Das Jungbrunnen, das ist, glaube ich, blöd. Ich finde es gar nicht schlecht. Also, ich finde tatsächlich, alle neuen Heil-Items sind besser als das große... Ding. Auf der anderen Seite, ähm, von dem, von dem Saufen kannst du, da hast du einen Cooldown. Also, du kannst es nicht spammen. Aber ich glaube, es heilt dich auch komplett. Halt. Warte mal, der Mut hat noch nicht alles blau. Ne. Ja, ich habe noch Schlaf. Warte mal, ich habe noch ein Piggy. Okay. Merci. Gut, dass ich den auf dich werfen wollte und dann auf den Schneemann geworfen habe. Wollen wir mal Richtung Zone? Oh, cool, die Stiper mit einem Schuss. Äh, wieso? Aber wir sind schon in der Zone. Was rede ich denn für einen Scheiß? Würdest du vielleicht aus der Zone raus? Ich rede mich aber, alles gut. Ja, nee. Hier sind bestimmt Schlürffässer drin, oder? Ja, hier kannst du noch ein paar Schlürfässer mitnehmen. Oh, wo warst du? Ah, ja, okay, genau. Schlürf Dosen. Ja, Dosen meine ich ja. Äh. Du weißt schon, wer ich bin. Ja. Wenn jemand kleine Schildtränke sammelt. Bis jetzt nicht. Wenn jemand große Schildtränke sammelt. Das erst recht nicht? Ja, weißt du was, dann mache ich da. Dann, dass ich die für Eisgranaten mache. Opferst du dich fürs Team? Ja. Ich nehme die Shotgun mit, statt der... Okay. Also, die Eisgranaten kannst du auch eigentlich immer liegen lassen, weil... Und den Schneemann? Also, da wäre noch ein großer Schildtränke, wenn den jemand mitnimmt. Ich glaube, ich werde für ein paar Schneemann, dann hole ich meine großen Schildtränke. Jetzt wollte ich gerade fragen, was wolltest du hier nochmal, aber es war ja nur grau bei dir. Das war ja nur grau, man ja. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen muss. Das ist immer die Kacke. Eismaschinen hat gezählt, tatsächlich. Lagerfeuer, ich bin voll. Konditionen, Schildträffler, bin voll. Brandsetzen. Motorboot-Rakete. Vier benannte Orte habe ich jetzt schon wieder. Die Dailies hast du doch voll, dachte ich. Ja, die wiederholen sich doch. Ach nee, das sind jetzt Antoni seine. Und ich würde auch... Und die Dailies sind die Mühe nicht wert, wenn du die drei schon hast, weil das gibt nur 750 XP. Nö, ich würde jetzt nicht mit Auto rumfahren, das erzeugt nur unnötig Aufmerksamkeit. Okay, also Eismaschinen habe ich... Achso, das ist alles nur 750. Ja, hast recht. Was mache ich denn eigentlich für einen Scheiß? Also, da wäre ein Meilenstein sinnvoller, rein vom Level her. Ja, Abo. Mächtige Monumente. Erhalte dein Ziel, Jonas. Feuerringe. Ich spiele halt jetzt einfach, ne? Die Feuerringe wären hier tatsächlich. Ja, die Feuerringe sind hier. Wo sind die? Die sind, wenn du die jetzt in ein Auto nimmst, legen die entweder hier, also halt gleich hier dahinter. Oder da, ich... Da, glaube ich. Ich glaube, da sind sie. Da kommt einer mit dem Auto angefahren. Achso, ist das nicht der Esser? Also, das lila... Äh, Lisa. Das schule Türkise war ich, aber es fährt noch einer. Es sind NPCs. Oh, scheiße. Ich hab... Ja, ich hab schon drauf geschossen. Ja, ich hab zu lange gebraucht, um das Wort NPC im Kopf zu finden. Aber die sind einfach weitergefahren. Das ist erfreulich, ja. Der hat von seinem Anhänger mal runtergewunken. Ich hab drauf geschossen und dann hat er... Okay, also jetzt sind wir aus der Zone draußen. Wir sind nicht zu weit weg. Hier wäre die Mitte der Zone. Lass uns doch da mal hinlaufen, ne? Ja, willst du jetzt mal fahren? Durch so einen Ring. Ja, ich weiß nicht, wo mein Auto ist. Da steht das Auto. Ja, warte. Ah, ich bin drin. Achso, ja, dann... Ich weiß nicht, ob du selber fahren musst. Mach mal. Oh Gott. Wo waren die noch mal? Wo sagst du, ist der Ring? Also... Hier, glaube ich, oder? Ja, da ist der Ring. Ah, ja, okay. Wie komm ich da hoch? Ah. Ne, wo? Da ist, glaube ich, einer. Ich glaube, ich seh ihn gar nicht mehr. Ja. Also ihr habt jetzt noch eine gute Minute. Du bist durch? Ja. Du musst durch zwei... Ich habe auch ein Auto. Hier ist der zweite, glaube ich. Ja, ich seh ihn. Ah, ja, stimmt. Ja, ich seh die Rampe von hier. Ich habe den zwar auch gemacht, aber ich... Das wäre so eine Aktion, wo ich nicht weiß. Das hat sich quasi von selbst erledigt. Ja. Ich glaube, ich habe den Ring erst gesehen. Und dann habe ich gesagt, cooler Ring. Da bin ich durchgesprungen. Da habe ich mir gedacht, kann ich da auch mein Auto durchfahren. Dann bin ich mit dem Auto durchgefahren. Und dann hat er gesagt, hey, das war dann auch... Achso, ich auch doch. Nein, nein, bleib da, bleib da, bleib da. Schießt jemand von euch? Achso, ja, nö. Ja, hier sind Leute, die schießen. Ah, okay. Ich komme mit dem Auto. Also wir haben noch eine halbe Minute dann. Also ich komme mit dem Auto zu euch. Ich bin hinter Toni jetzt. Ich habe irgendeine in meinen Haufen geballert. Das war unser Kopfgeld tatsächlich. Ja, der hat sogar coole Sachen. Achso, jetzt habe ich dir die blaue weg. Nee, nee, ich habe alles. Achso. Ja, es ist strahlend. Will jemand die Shotgun? Nö. Nö, die Shotgun. Halte den Scheiß. Aber weißt du was? Ich nehme statt der Scheiß. Sniper bringt mir kein Glück. Ich nehme lieber die UC. So. Wir könnten einsteigen und ja. Ja, wir sollten auch einsteigen und gucken, dass wir Land gewinnen. Oh ja. Du kannst auf der Straße fahren, die da kommt. Nach dem Fluss. Oh, du fährst auf den Fluss, nein. SH ist neuerdings auf Straßen fixiert hier im Spiel. Jedem Tierlein sein Pläsierlein, bitte. Na ja. Das ist aber so ein Fast and the Furious-Gugel geworden. So, und jetzt rein aus Prinzip ins Gelände. Warte mal, da ist so ein schöner Hügel. Okay, bleiben wir noch auf den schönen Hügel jetzt, oder? Ich glaube, da unten ist aber Zeug zusammen. Das ist der Hügel, auf dem du sterben möchtest. Äh. Das ist der Hügel, wo irgendwo noch ein Auto herkommt. Ja. So ein Klang des Blatt. Oh, zwei Autos. Einen habe ich rausgeschossen. Ach, das warst du, ja. Äh, ich habe rausgeschossen. Ich glaube, es war nicht mein Kill. Da ist einer, da ist einer. Ja, ich sehe es. Lass mich down. Ja, sack. Ist es ein oder zwei? Einer. Also mindestens einer. Der ist aber auch schon zu gut wie tot. Ja. Gerade geplatzt. Scheiße. Hier ist ein automatischer Schutzschlund, den muss mir irgendjemand vergeben. Achso, oh, du bist eine Karte. Oh, ist eine Karte. Schade. Also der wäre relativ... Äh, ich habe hier... Zeug. Oh, scheine getroffen worden zu sein. Ja. Haben wir vielleicht jemanden, die blaue MK, vielleicht für später? Äh, ja. Moment. Äh, ja. Weg hier. Steht voll alles im Weg rum. Äh, ich kann... Also ich hätte euch... Auch eine Waffe mitnehmen. Also ich habe eine blaue MK. Ich habe eine blaue MK dabei. Okay. Okay. Bereicht, wer brauche ich gar nicht. Wo es da ist. Ah, du hast markiert. Ich habe markiert. Da nehmen wir, denke ich mal, unser Auto. Ja, da ist. Schaut auf jeden Fall noch besser aus, ja. Nehmen wir mal die Southpacks mit. Da hat, äh, Mu auch noch sechs. Ja. Gut, dann haben wir noch mehr. Striker Pump, also ich habe Gold und das ist wie viel in Gold. Ne, ne, also wegen mir nicht. Also, oh shit. Da rebootet schon jemand. Tja, da kommen ja... Also ich habe markiert, lila markiert. Achso, ja. Gut, dass du das sagst. Ja, die werden jetzt einfach da reingerannt und gestorben. Ja. Und alles, und alles nur, weil ich kein, äh, weil ich nicht beide MK7s gleichzeitig nehmen kann. Ne, alles nur, weil ich zu blöd war, hinter mich zu gucken, als ich der halt dann schon halbtot hatte. Ach was, ach was. Links, glaube ich, ist was, oder? Tony wird auf mich aufpassen. Links von was? Links von Mu. Links von Mu. Der schaut gerade zu dem Wagen hin. Stimmt, 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 ich sehe es. Oh, das ist so ein Springer. Oh, das sind mehrere. Fuck, fuck, fuck. Dann hoffen wir mal, das ist ein 30er. Dankeschön. Ja. Wo, 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 wo seid ihr denn jetzt? Na ja. Meine Tastatur geht nicht. Wo ist der andere, wo ist der andere, wo ist der andere? Auf dem Dach, auf dem Dach. Alter. Ich habe ihn. Scheiße, ist aber noch irgendwo einer. Ja. Wo ist denn der dritte? Kann mir jemand mal eine Knarre hinschmeißen? Ja. Wo ist denn der dritte? Ist der auf dem Dach? Ist das auf dem Dach? Ist der bauter auf dem Dach? Ja, der baut auf dem Dach. Oh, fick. Der macht mich jetzt alle. Ja, wie ich es gesagt habe, der ist auf dem Dach, der macht mich alle. Der dritte ist auf dem Dach und es könnte sein, dass der gleich irgendeinen Affen wiederbelebt findet. Der ist da, dahinter. Okay, ich glaube, da haben wir ihn geplatzt. Einen müsste er noch erwischen. Da ist er. Da ist er. Jetzt kommt er runter. Ballern. Rauch ballern. Nein. Rauch ballern. Ballern. Ja. Fick, fick. Hier, erst Toni. Oh, da kommt noch einer. Ja. Scheiße. Grappelt mal hier rein. Achso. Der ist hinter dir, der ist hinter dir. Hinter dir. Ja. Jetzt schneid ein Toni. Toni, Toni. Hier bin ich. Alter. Ich habe da noch Schlürftränke, sechs Stück, aber heile dich mal erst. Medikit ist auch hier noch eins. Gut. Ich habe auch sechs Schlürf. Ne, fünf Schlürftränke habe ich. Halbe Minute haben wir noch. Ich hatte die. Da liegt ein Haufen Goldzeug rum. Ui. Ja. Das hat das Zeug, das kein Mensch braucht. Ah, das brauche ich. Äh, gut. Die, warte mal, haben die irgendwie... So, Schlürftränkzeug, kommst du hier her? Ja, habe ich. Ja. Okay. Warte mal, da machst du drei und ich mach drei. Okay. Oder... Ne, wir sind schon voll scheiße. Einfach noch ein paar hinterherkauen, obwohl wir schon lange voll sind. Ja. Oh, ja, man hat's ja. Oh, nein. Meine Waffe, geh weg. Ach so, war das für mich? Ja. Das war jetzt Glück. Das hätte ich nicht mehr hergeben. Oh, der... Die Zone. Die Zone, die Zone. Die Wieler scheiß kommt. Das... Das Zone, das Zone. In der Zone. Ja, genau. Da hinten wird's gebaut. Irgendwo, habe ich gesehen. Prüft eure Waffen auch, ob ihr alles nachgeladen habt. Ja. Das ist... Standard bei mir, dass ich's vergesse. Ja. Aber voll übel. Also normal vergesse ich's nicht, aber entweder ich sammle was anderes ein, aus Versehen. Jetzt hat nicht jemand das Heilzeug auch noch mitgenommen, das da oben rum lag. Ich hab's vergessen. Ähm, ich hab mein Heil-Juray wieder eingepackt und zwei... Ich hab drei Schlürf. Ich hab drei Schlürf und drei Medikits. Rechts von dem Gebauten. Ja, ich seh' da. Verfehle ihn. Hihihi. Ja. Schön verfehlt. Und jetzt nicht genau. Kann sich auch denken. Penner. Oh, der hat sich... Hat er sich wegkatapultiert. Da ist er. Wo ist er? Katapultier-Ding. Aua! Uh! Ich hab markiert. Ja, ich seh' zwei Mann, ja. Irgendwas geht in die Luft, oder auch nicht? Ich weiß nicht, was soll das? Einer hat mich down. Aber ich... Kann ihn... Ah, scheiße. Der andere verlebt ihn aber wahrscheinlich gleich wieder. Hier ist nämlich grad hinkern. Ah, ich hab einen niedergestreckt. Keine Ahnung wie, aber ich hab einen getroffen. Links ist auch noch einer von den Gebauten. Links ist einer von den Gebauten. Oh! Yeah! Nice! Das war's. Okay, das ist ein Moment, wo ich überhaupt nicht drauf aufgepasst hab. Nee. Krass. Aber ich mein, vorhin, wo sie da auf dem Dach rumgerannt sind und so, das war halt einfach brutal stressig. Da haben wir schon einige weggeräumt. Cool. Cool. Ach, scheiß drauf. Da machen wir jetzt die scheiß Runde noch. Vielleicht schafft es auch mal in der Krone. Okay. Aber nett, dass du das heute Nacht, äh, wie sagt man? Mit Sicherheit. Blüßen musst. Ja, mit Sicherheit.